Jetzt kommen sie noch mal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor! Tor für Deutschland! Mario Götze macht das 1 zu 0! Die Flanke auf den kleinen Wunderzwerg. Der nimmt den Ball an am 5-Meter-Raum und schiebt ihn lässig vorbei. Und jetzt sind wir die acht Minuten zu viel, ich hätte lieber noch vier, aber Deutschland führt mit 1 zu 0. I swear, you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. Two goals in added time. Off the Spaniard's racket, straight up the way towards the Swiss. Oh, a brilliant cross! It's incredible! You couldn't write a script like this! Surely that's a blatant handball by McEnroe. And the referee's doing nothing about it. He and the linesman, as silent as the Queen's guards. And we'll start with this. Right away they're trying for it and Dyruss can teleport! Oh, Scor comes in too. With that ultimate himself. Now Agnet coming up. Jergsen trying to zone him out. We can see on the minimap. Here comes Peekaboo. Teleport coming in for Dyruss. Peekaboo goes in for the knockout. No Kog'Maw! Coming in. Where is Kog'Maw? Someday needs to do the damage. Here he comes. Arrow right there. Jergsen very, very low. Kills kommen in für Wildturtle, aber ein Doppel kommt in für Nogne und KT. Sie haben die Fälle, als Wildturtle kommt, bei Somnay. Das sind drei Kills, ein Doppelkill für Aero, das ist vier. Das kann auch sein, weil sie haben die Behring. Die Rose und Jói sind mit einem Setzgeräum und Kölbein, 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 wir sind Kölbein, wir sind Kölbein, wir sind Kölbein, wir sind Kölbein, hier in Nice. Kölbein Sigtánsson mit der ersten Marken sich auf M, aber nicht der letzte Ausland 2, England 1. Kölbein Sigtánsson mit der ersten Marken schreitend, Kölbein, Kölbein, wir sind 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 Kölbein. Der Toni, der war es natürlich genau wie es steht und konnte jetzt dann attackieren auf Teufel, Komaus. Und aus einer Verletzung kann er eigentlich nur was Positives abliefern heute. Weit unten aber er feitet, schau, wie der die Stecken reintut. Sehr eng, sehr eng. Fahrt der da aber wie die gsenkte Sau. Muss ich so sagen. Unwahrscheinlich. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Der fährt. Ja, der fährt, du. Ich fahr mal schwitze. Ich fahr mal schwitze.